Rob, red mit mir. Geh ran. Ich spür meine Hände nicht. Du schaffst das, Mann! Geh weiter! Hey, wie geht's? Ich bin back. Doug Hansen. Was machst du, wenn du nicht kletterst, Doug? Ich trag die Post aus. Der erste Postboot auf dem Everest? Das hoffe ich. Das gefällt mir. Es ist eine Menge Bergerfahrung in diesem Raum versammelt. Ohne wärt ihr nicht hier. Aber der Everest ist der gefährlichste Ort der Welt. Wie ist das Wetter? Gut. Ich wär gern bei dir. Nächstes Mal klettern wir zusammen. Zu dritt. Und deine Frau? Die findet das gut, seit wir geschieden sind. Guten Morgen, Leute! Oh mein Gott. Oh, der Bürgermeister vom Basislager. Setz dich mal in Akklimatisierung. Fertig. Menschen sind schlichtweg nicht dafür geschaffen, auf der Reiseflughöhe einer 747 zu funktionieren. Unsere Körper würden buchstäblich sterben. Die Frage ist also, kriegen wir euch rauf und wieder runter, bevor das passiert? Festhalten! Das ist Leiden, Mann. Noch ein paar Tage und den Rest deines Lebens bist du der Mann, der auf dem Everest war. Rob, an Deichkamp. Rob, wo bist du? Ich bin oben am Gipfel, Helen. Rob, jetzt geh schon ran. Da ziehen Wolken aus dem Tal hoch. Sieht übel aus. Oh nein. Da oben sitzen Leute fest und der Sturm wird schlimmer. Wir haben ein Problem. Die Flaschen sind leer, Doug. Geh nur. Ich lasse dich nicht zurück. Komm. Ich will nicht sterben. Hörst du mich, Rob? Du musst dich bewegen. Nein! Wenn es jemand schaffen kann, dann du. Ich liebe dich. Ich liebe dich.